wir sind hier in den westlichen pestländern haben gestern schon die erste quest gemacht und können hier jetzt zwei neue bekommen turm um turm markiert mit der signalfackel jeden turm in andorhall ihr müsst im eingang jedes turm stehen um ihn erfolgreich zu markieren wenn alle firma türme markiert sind bringt ihr die signalfackel zu kommandant ashlam weller fest an der chip in spitze westliche pestländer zurück und die geisel kessel sprecht mit der hohe priesterin mcdonnell an der chip in spitze beenden ziel teufels steinfeld geht zum teufels steinfeld in den westlichen pestländern sucht nach dem dortigen kessel dort und besiegt ihn er könnte einen schlüssel haben der den zugang zu dem kessel ermöglicht ihr müsst die leere flasche teufels steinfeld bei euch haben um eine probe des giftes zu entnehmen dass sich in dem kessel befindet okay hier ist immer noch schuloman zu ich bin mir jetzt nicht sicher ob es davon auch noch eine quest gibt und zwar auch nervt mich doch nicht und zwar ist da vorne ja das grab mal von uta lichtbringer hier ich weiß nicht gab es hier oben eine quest hier ruht uta durch springer erster paladin gründer des ordens der silberhand uta lebt und starb für das königreich laut deron obwohl er von seinem liebsten schüler verraten wurde atas glauben wir dass ein geist weiter lebt er wacht weiter über uns auch wenn die schatten unser verdorbenes land langsam einschließen sein licht ist das licht der menschlichkeit solange wir seinem beispiel folgen wird es ewig leuchten anonymus schade ich habe gedacht die gibt es ein quest ihr könnt hier nicht aufsitzen aber oben auf dem turm magierturm instrument schon klar so hier drüben gab es hier keine quest hier drüben ich war der meinung da wird es auch eine quest geben egal so wir müssen einmal da drüber ja lass mich okay also hier wird es gefährlich hier hängen level 54 55er mobs rum und wir müssen zu den hier hin zu den signal fackeln das problem ist da steht überall so ein trottel ihr seid in einen kampf verwickelt arschloch lass mich okay fängt gut an da ist auch ein elite das problem ist den kann ich ja nicht mal schieben ich mache das hier mal kurz hier hin dass dahin nein ach so das kann ich nicht dahin machen schade hier drüben ist rei der beschwörer hier geht's ab ja das blöde ist in jedem dieser türme steht einer drin ich bin jetzt gerade um überlegen teufel steinfeld ich weiß nicht ob das teufel steinfeld ist so lass mich weg habe ich gesagt das ist das trostlose feld teufels steinfeld also hier sind insgesamt vier felder 1 hier 1 hier 1 hier und andor hall ist natürlich wer nur das andor hall aus retail kennt ja viel spaß gut was haben wir hier hier ist doll sonst tränen fällt dann ist hier drüben was brauchen wir teufels steinfeld andor hall ja toll hier drüben müsste teufels steinfeld sein teufels steinfeld und hier sind scharlachrot idioten so wir müssen einmal da drüben hin alter willst du mich verarschen so der boss ist irgendwo ist er nein nein so so einmal recken wo kommt er denn jetzt her alter will zu mich verarschen hau ab hau ab lass mich in ruhe leck mich ja da kannst du steinen dann explosionen machen alter wo kommt ihr denn her ja hier in den westlichen pestländern das ist schon etwas herausfordernder ist da drüben einer wir müssen jetzt halt gucken dass wir hier so viel wie möglich frei räumen und ein rezept getroppt ja bisher läuft es eigentlich recht gut so da kassel hat gallenschlund ich weiß jetzt nicht ob der grad eben gekommen ist die e freiräumen so wir müssen jetzt noch mal regnen weil ich glaube wir müssen ihn angreifen in ihnen dann festfrieren wenn er zu uns kommt so kommt also sehr schön wir haben den kessel bekommen den schlüssel bekommen erlitten körperlicher schadung für zwölf punkt erhöht erst einmal recken dann müssen wir hier die drei ketten ab machen genau das ist ja ausgelaufen hier wann ist das denn ausgelaufen so wir müssen jetzt zeit zu weit entfernt hast du sie noch alle ach so kann ich das hier machen oder was tatsache weiter quest beenden 5200 rücker zum chillwind lager bringt die gefüllte flasche teufel steinfeld zur hohe priesterin mcdonnell alle klärchen bärchen so dann zeige ich euch jetzt mal wie man andor hall umgeht ihr müsst ihr nur ein bisschen auf die spinnen aufpassen gut diesen auch nur level 50 so und zwar hier fängt andor hall an ich glaube da drüben hier drüben geht es hoch genau hallo ja hier geht es hoch also das ist die einfachste art und weise andor hall zu umgehen entschuldigung so jetzt einmal zum chillwind lager zurück das mit dem turm um turm werden wir jetzt noch nicht schaffen das problem ist wir sind level 52 und jedes mal wenn der trottel und sieht wenn wir zu nah dran kommen kommt er auf uns zu bitteschön beenden dankeschön ziel daus ins tränen fällt diese quest nehmen wir morgen an das mit dem so so